Wie macht ein echter Computergeek einen Heiratsantrag? Zum Beispiel, indem er ein Videospiel umprogrammiert. Wie dieser Amerikaner. Sein kreativer Heiratsantrag ist bei YouTube zu bewundern. James Dowdell arbeitet als Softwareentwickler im kalifornischen Silicon Valley. Seine Freundin Natalie und er lieben Videospiele, besonders den Nintendo-Klassiker The Legend of Zelda von 1986. Mit viel Aufwand hackte der Programmierer den Maschinencode des Spiels. Prinzessin Zelda, die am Ende erscheint, verpasste er das Aussehen Nathalys. Und statt des Originaltextes prangt dort die Nachricht, Natalie, willst du mich heiraten? Na klar, du Dummkopf, lautete ihre Antwort. Das nennt man dann wohl ein Happy End.